Na, Lust auf Blumen? Ich weiß gar nicht, ob ich die euch versprechen darf, aber wenn ihr bei uns anfangt als Erzieherin, als Erzieher, dann glaube ich, werden wir euch eine schenken. Wir suchen nämlich, dadurch, dass Trollehüterin und Zwergenheldin keine offiziellen Berufsbezeichnungen sind, suchen wir eine Erzieherin, einen Erzieher mit 30 Stunden in der Woche als Elternzeitvertretung. Werde Zwergenheldin bei den Waldkindern Der Waldkindergarten Erbach betreut seit 20 Jahren mit viel Herzblut Kinder von 2 bis 6 Jahren im Waldstück Brand. Unsere Mitarbeiterinnen sind unsere Zwergenheldinnen. Tag für Tag betreuen und fördern sie kompetent, anspruchsvoll und engagiert unsere Kinder. Wir leben einen aufgeschlossenen, professionellen und innovativen Teamgeist mit viel Freiraum für deine persönliche Entfaltung. Als Zwergenheldin bringst du mit Ein großes Herz für Kinder und die Freude, diese liebevoll und individuell sowie mit Leidenschaft zu betreuen. Freude an der Natur und am Draußensein. Eine anerkannte pädagogische Ausbildung, zum Beispiel als staatlich anerkannte Erzieherin, anerkannte Erzieher oder einen pädagogischen Studienabschluss im Elementarbereich. Teamgeist, Einfehlungsvermögen und Engagement. Eine aufgeschlossene Persönlichkeit. Deine Aufgaben als Zwergenheldin sind, unsere Zwerge verantwortungsvoll gemäß des Orientierungsplanes zu fördern, Freude an der Umsetzung und Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzepts, ganzheitliche und situationsorientierte Arbeitsweise, ein professioneller Umgang mit ihren Eltern, den Willen, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Kontakt könnt ihr hier sehen, der Waldkindergarten Erbach e.V., info at waldkindergarten-erbach.de. Wenn ihr also offen dafür seid und nette Eltern kennenlernen wollt, die wie hier Anja und Matthias was erfunden habt, wenn ihr offen dafür seid, Freude an lebendigen Materialien habt wie Holz, dann kann daraus was Schönes entstehen und ich freue mich, wenn wir euch dann diese Blumen schenken können. Außerdem lernen unsere Kinder und ihr vielleicht dadurch auch schnitzen mit Holz, wie man schöne Holzkugeln schnitzen kann und alles Mögliche. Bis bald im Waldkindergarten Erbach. Ciao.